Heute seht ihr die besten App-Spiele aller Zeiten. Schaut bis zum Ende, um dich nicht zu verpassen. Los geht's! Ich bin schneller als du, Mökan! Ich hol dich ein, was redest du? Auf gar keinen... Oh, ey, ich bin durchgelaufen. Ich bin auch durch Kacke durchgelaufen, ist das eklig. Aber guck mal, ich bin ja die ganze Zeit... Oh, guck mal. Ha, du bist trotzdem durchgelaufen. Warte mal auf mich. Ah, du bist mal schlecht, du lästst nicht alles durch. Ey, ich hab gegen alles, was möglich ist. Ey, du bist da richtig schlecht. Und guck mal, hier durchs Ziel, guck mal. Denn, denn... Denn, denn, denn... Okay, schon mal das erste Level gegen dich, ich hab ja schon mal gewonnen, wo du kann ich mir nicht sagen oder so, ne? Aber, ich mach dich... Was hast du denn für ein Outfit an, Bro? Ich mach dich diesmal, ich hab mir direkt ins Ringen geholt. Direkt. Okay, hol ich mir auch gleich, ne? So, komm, lass uns die Banane gehen. Oh, wie das aussieht. Ich glaub sogar extra durch, guck mal. Achtung, Achtung, heiß, heiß, heiß. Oh, ey. Oh, Bro, warum lauf wieder durch? Okay, jetzt, Achtung, jetzt einmal hier rüber. Und, ey. Ey, du bist so schlecht, ne? Oh, nein, aua. Also, ich dachte, wir werden's freuen und du wartest auf mich, ne? Ich weiß. Oh. Ey, Kaktus. Ey, ich weiß, aber auch Kaktusbeine gerade. Kaktus, richtig, komm schon. Und, ja, 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 ja. Ey, warte. Und, ja, schon wieder. War knapp. Das war richtig knapp, Bro. Ich weiß, es war richtig knapp. Aber, ich hab jetzt grad 100 Dollar bekommen. Was? Kann ich mir nämlich neue Outfits kaufen und ich glaub sogar auch neue Hände oder sowas, ne? So, ich hab mir auch was Neues geholt. Okay, was hast du geholt? Was ist denn? Was ist denn das für ein Ding? Du hast ne Unterhose an. Okay, dann komm. Wir machen gegeneinander wieder. Ah, ja. Du bist auch die ganze Zeit nur umgedrückt halt, ne? Oh, hier in der Kacke vorbei. Ja, du rennst trotzdem durch. Oh, nein, ich auch. Da. Jetzt gehen wir nicht vorüber. Ah, du bist echt drüber. Verdammt heiß. Au rein, wir kannst. Oh, mach's gut, Bro. Jetzt komm, 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 komm. Ja, guck mal, wie du aussiehst, Alter, mit deinen Augen. Oh, ich hab jetzt ein neues Auto frei. Das hattest du, glaub ich, eben, ne? Ich glaub ich nur was aber nicht. Hab ich keine Lust drauf. Was hast du denn jetzt noch angezogen? Was ist denn das für ein Ding? Ich sag, das ist Pay2Win. Das ist meine Nase, in echt. Okay, dann komm, let's go. Machen wir was gefasst. So, und, Alter. Ja, und wir sind beide durchgelaufen, aus Versehen. Oh, nein, reich aus, reich aus. Bitte. Alter, ich glaub, das wär gar nicht gut. Das wär gar nicht gut gewesen. Nein. Oh, verdammt. Oh, mein Gott. Ja, und ich bin schon wieder erst. Du bist so schlecht, Bro. Guck mal, wie knapp das jedes Mal ist, aber... Aber das Ding ist, ich frag mich gerade, wir hatten ja gerade ein Messer da, ne? Was passiert, wir haben ja da durchgelaufen, ja? Tja, mit einer coolen Sonnenbrille passiert mir gar nichts. Ja, ich seh's, ich seh's auf jeden Fall. Okay. Und... Oh, nein, oh, verdammt. Und du bist nicht rübergelaufen? Tja. Ich bin rübergelaufen, Bro. Okay, warte, mach nochmal. Tut mir leid. Ey, warum hast du dich jetzt schon wieder umgezogen? Okay, komm, let's go. Ey, man darf auf jeden Fall nicht über das Messer rüberlaufen, äh, nicht dagegen laufen. Und rüber. Oh, okay. Hast du auch gut gemacht. Das ist ein Schmitte. Oh, nein, 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 nein. Ich verbrenne aber gerne die Finger. Heiß, heiß, heiß. Die Fingerkappen. Achtung, rüber, Möcker, rüber. Oh, oh. Okay, sehr gut. Ey. Und hier auch nochmal ganz kurz. Oh, mein Gott, ist das Klaus? Bitte. Oh, mein Gott, Alter. Ich hab mich gerade so geschlagen. Gerade so richtig knapp, ne? So, jetzt kaufe ich mir mal ganz kurz hier mein erstes Outfit. Und zwar kann ich mir jetzt hier open, das kriege ich. Oh, ich hab auch die Unterhose, die du hast eben. Die ist gut. Was hast du denn jetzt für ein Smiley da drauf? Ich hab ein Moji rauf gemacht. Hey, und du hast da Shisha-Kohle. Ach du. Vorsichtig. Oh, 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 oh. Nein. Ich glaub, wer hätte da rübergehen können. Oh. Ich hab mich abgekühlt, ja. Oh, aber das Ding ist, du läufst wenigstens gegen das Messer, ne? Nein, da bist du rübergegangen. Hey. Okay, vorsichtig, Bro. Oh, ey, wir sind so gleich auf, grad, ne? Stimmt. Ja, heiß. Alter, du bist so nah hinter mir. Ey, ich gewinn die Runde. Hau bloß ab. Du bist, Alter. Oh mein Gott, das war so knapp, grad, ne? Das war grad so, guck mal hier, dancen. Dancen. Weil ich sag dir, ich mach dich gleich ultra fertig, wenn ich gleich hier dieses neue Ding hab. Und zwar hier das, ähm, ne, neuen Hut. Du wirst es auf jeden Fall sehen. Was hast du denn da? Hä? Ja, ich mein, Resistenz gegen Feuernut. Oh, du bist auch gegengelaufen. Tja, da hast du dich wohl zu sehr auf dein Outfit fokussiert. Also nimmst du dir jetzt schon wieder so ein Outfit. Was ist das denn? Ich hab eigentlich das hier mal random bekommen. Ja, sehr gut. Jetzt hier schön rüber gehen. Und da lauf ich doch gerne. Oh, nein. Aber du rennst auch durch. Also alles gut. Du nimmst bloß hier rüber. Oh, okay. Da bist du noch nicht drauf gegangen. Nur einmal. Alter, Ketchupflaschen? Ah, heiß. Fast am Ziel. Yeah. Du schaffst es schon wieder nicht, Bro. Mein Freund hätte gewartet. Ja, okay. Ich warte gleich mal, okay? Ich warte einfach. Dann wirst du sehen. Das Outfit brauche ich auch nicht. Ja, das kriege ich auch gleich, was du gerade auf dem Kopf hast. Das kriege ich auch gleich. Oh mein Gott, was ist das denn? Sing. Sing. Oh, ey. Okay, wir müssen, wir dürfen jetzt nicht berühren, okay? Wir dürfen das nicht berühren. So. Oh, da. Okay. Und. Ich bin dagegen geflogen. Oh nein. Was hast du denn jetzt für ein Outfit an? Ich habe wieder die coole Sonnenbrille. Absolut coole Sonnenbrille. Au, 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 au. Weißt du, warum ich die Hose an habe? Weil ich aus dem Gefängnis ausgebrochen bin. Ich merke das schon. Oh, vorsichtig. So, jetzt kann man wieder machen. Aber ich bin trotzdem noch vorne, weil du auch übergegenläufst. Nein. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, das ist doch klappt. Habe ich gewonnen? Ich weiß gar nicht, das war gerade so. Ich habe trotzdem gewonnen, glaube ich. Ja, erster. Erster. Okay, was haben wir jetzt hier? Quietschen. Und. Schön hier an den Kurt. Gerne, rauf gehen. Eis. Verdammte Axt jetzt hier. Nein, zweimal Kacke. Oh, das ist auch die Shisha-Kohle. Rüber, rüber, rüber. Ich habe mich gleich verbrannt. Trotzdem verbrannt. Ich bin trotzdem verbrannt. Und ich bin genau gleich auf, Bro. Oh, ey. Nein, ich bin zu früh. Nein. Und du bist... Oh, du schwimmst über die Kacke rüber. Nein. Win. Nein, du bist vor mir dran gekommen. Was? Guck mal, ich bin zweiter, steht da jetzt gerade. Ich habe nur 50 Dollar bekommen. Läuft auf jeden Fall bei dir, Bro. Läuft bei dir. Bist du meine Augelein? Ich sehe dich. Ich sehe dich. Da verbrenne ich mich immer auch. Nein, nein, nein. Wieder zwei Kackhaufen, Bro. Und? Einfach durchgehen. Ich schwimme auch rüber. Keine Sorge. Und hier schwimme ich auch rüber. Über die Shisha-Kohle. Nein. Eis, heiß, 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 heiß. Okay, kurz rüber gehen. Kein Problem. Oh. Ja. Du bist durchgegangen. Oh, nein. Komm schon. Ja. Schneller als du. Jawohl, Alter. Und jetzt habe ich, was ist? Erster Platz. Ich glaube, das ist wegen deinen Schuhen. Ich glaube auch, dass es wegen meinen Schuhen ist. Aber ich überlege gerade, ob ich mir gleich ein neues Auto kaufe. So, komm. Guck mal, jetzt hast du die Kackeschuhe anguckt. Okay, du hast recht. Oh, pass auf, ist das Messer auch, Bro. Messer. Sehr gut, hast du sehr gut gemacht. Okay, was ist denn jetzt hier? Vorsicht, Kacke. Vorsicht. Oh, nein, 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 nein. Ah, nein. Und? Ja, ich gewinne. Alter, du bist jetzt vor mir. Bro, 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 Bro. Nein, du bist vor mir angekommen. Was ist denn sein, Alter? Ich brauche jetzt, ich brauche ein Dingens. Ich brauche jetzt ein neues Dingens. Eine neue Hose. Und zwar, komm schon. Bisschen, alles kostet 1000. Okay, dann muss ich ganz kurz noch ein bisschen sparen. Kein Problem. So, ey, was ist das tun da jetzt an? Sieht ja richtig witzig aus. Okay, jetzt hier schön einmal durch die Kacke wieder durch. Das ist meine Boxershots. Ich bin gerade aus dem Bett rausgekommen. Überhol dich. Schnell als ich gerade. Du bist schneller als ich. Und Ketchup rüber. Ja. Hä, wie hast du mich so eingeholt? Du bist bei der Kacke rüber. Heiß, 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 heiß. Ja, ich bin übers Feuer rüber. Ich bin wieder vor dir. Nein, 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 nein. Nicht das. Alter, dass du jetzt gerade hier die ganze Zeit gewinnst, ne? Unglaublich, Bro. Ich war jetzt fertig. Pass auf, guck genau hin. Ich mach dich jetzt fertig. Guck, ich geh jetzt hier nicht rauf. Du hast eine Friday-Unterhose an, aber heute ist... Iiiiih, heute ist gar nicht Freitag. Komm schon. So. Und jetzt hier ganz kurz holen. Jawohl, guck mal. Oh mein Gott. Richtig. Nein, 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 nein. Alter, du bist so nah dran, Bro. Ey, du bist ein bisschen vor mir, ne? Du bist so nah dran. Bisschen. Hä? Komm. Alter, wie knapp das gerade war. Yo. Bisschen updance jetzt hier. So, komm schon. Ich hab gleich mal neues Auto frei. Dann hab ich das neu Auto frei, dann hab ich gewonnen, Bro. Hab ich gewonnen. Ich weiß, das war ganz schön knapp. Vorsicht, Fischa-Kohle. Fischa-Kohle rüber. Nein. Ich hab's nicht gemacht. Ich verbrenne mich da auch nicht so wie du. Oh, warte. Komm schon, das Lauf, 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 hol ich ein. Du bist viel schneller als ich. Ey, nein. Ja, du gehst aber durch die Kacke durch. Ich hab die Kacke nicht gesehen. Ja. Oh mein, du bist das knapp. Na. Ja, du Idiot. Okay, jetzt haben wir schon mal easy peasy. Hab ich ein neues Outfit, aber ich kann's nur holen, indem ich Dings hole. Aber ich hab jetzt wieder Geld bekommen. 57 Dollar hab ich jetzt. Ja, ich hab grad, guck mal, meine Hose. Alter, jetzt hast du die Hose, die ich haben wollte. Du bist so ein Assi. So, jetzt hier schön einmal vorsichtig. So rüber. Nein. Nice. Und das Messer, Bro. Das Messer, wie wir jetzt direkt gesehen. Aufpassen. Bist du vor mir ein bisschen, ne? Ein bisschen vor dir. Oh, du gehst auch rüber. Okay. Okay, du willst das auch grad Try haben. Nicht mit mir, Kollege. Abdancen. Und warte, wie glaub ich jetzt? Oh, es fehlen noch, es fehlen noch Dingens. Mir fehlen noch 150 Dollar, dann hab ich das letzte Item. Komm schon jetzt hier. So, guck mal. Ich hoffe, du rutschst auf der Banane aus. Ich hoffe, du rutschst auf der Kacke drauf aus. Oh, ich bin echt reingelaufen. Ja, ich bin auch reingelaufen, leider. Hier geh ich aber hoch. Du auch. Okay. Und ich brech mir jetzt die Hähnchenschenkel ab und esse es erst mal. Ja, oh mein Gott, du bist direkt hinter mir. Ja, okay. Okay, nur noch 50 Dollar fehlen mir. Dann hab ich nämlich das neue Outfit. Ey, du wirst sehen, das wird so cool sein. So, ich hab meine Badehose ausgepackt, Digga. Ja, ich merk das schon. Ja, rüber. Nein, nein, nein. Achtung, Messer. Vorsichtig, ich weiß. Achtung, Messer. Hörst du, Vorsicht. Au, 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 au. Und hier, warte. Ey. Komm schon. Ja, hau rein. Hau rein. Äh. Nein. Ich bin hier rüber. Nein, 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 nein. Bitte. Oh nein. Ich war vor dir. Ich glaub, ich war vor dir, oder? Ja. Bei mir Zweiter. Okay, jetzt hab ich hier. Pass auf, guck jetzt. So, und ziehen. Oh, bitte. Glück, 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 Glück. Ah, ich hab den Smiley bekommen. Sehr, sehr gut, wie es aussieht. Und jetzt bist du weniger. Ey, das war ja so cool, Alter. Hab dich fertig gemacht. Heute dürfen wir nur eine Sache löschen. Hilf ihm beim Zudecken. Oh nein. Ich glaub, wir müssen das hier wegmachen, ne? Diese Teile. Damit er sich zudecken kann. Ey, kennst du das, wenn die einfach mal die Decken wegziehen? Oh ja. Oh mein Gott. So, finden wir das Gleichgewicht. Äh, hier. Ying. Was, oh, was ist hier? Nee, was machen die? Doch, du machst ein Hände und der andere dumm. Danke. Ein Held, genau so. Das heißt, einer ist hell. Oh mein Gott. Ying und Yang. Was? Wie cool. Öffne den Safe. So, welcher Schlüssel passt er? Sagen, der hier? Oh. Ähm. Der hat auf jeden Fall schon mal... Oder, passt der? Ja, der Code ist 38. Der macht am rechten Schlüssel noch die linke Seite weg. Oder? Oh mein Gott, du hast recht. Was? Und das ist ganz viel Geld drin. Okay, rette den Dämonen. Dann machen wir mal die Sonne weg, ne? So, dann schwitzt er, oder? Hier, so vielleicht. Ist hier... Da, ach so. Hä, ich weiß jetzt nicht, was ich gerade weggemacht habe. Das Würstchen hast du einfach nur gebraten. Ach so, das Würstchen gebraten. So, bleib in Form. Äh. Dann machen wir mal hier alles ein bisschen weg, ne? Hier so schön, zack, zack, die da. Auch hier zack und den Burger weg. So, und dann ist dieses Kästchen hier richtig am Trainieren. Äh, presse den Saft aus. Äh, ich glaube, dafür müssen wir das so haben. Muss man das nicht so haben irgendwie, ohne dieses Ding? Na, ich glaube die Orange. Oh. Was ist denn das? Hä? Die Orange? Aber die muss ja ausgepresst werden, oder nicht? Ja, mal in der Mitte durchschneiden. Ah, stimmt. Du hast recht. So wegmachen, ne? Ja, oh nein. Der Arme. So, lösche das Überflüssige. Äh, ich glaube, sie braucht keine Dingschen. Ich glaube, das Kleid ist überflüssig. Ich glaube, das hier brauchst du nicht. Oder das Kleid, das Kleid ist überflüssig. Nee. Ich glaube, das hier, das ist nur wie eine Fee. Yo. Oh mein Gott, stimmt. Was zerbürgt das Schaf? Oh, es ist anscheinend Muskelman, Alter. Yo. So, warum liebt sie ihn? Wegen Geld. Nee. Wegen, ja, wegen Geld. Was? Oh no. Guck mal, die liebt die nur wegen Geld, Leute. So, lösche das Überflüssige. Was kann man hier löschen? Die Zähne? Ah, die haben doch gar keine Zähne, oder? Nee, die haben doch immer nur so zwei Zähne irgendwie gefühlt. So, ne? Hier? Oder haben die nur oben Zähne? Die haben nur oben Zähne, ne? Hier so? Nee, wie? Irgendwas mit den Zähnen. Mach mal nur die unteren alle weg. So? Nee, nur die unteren alle weg. So. So. Oder die oberen sind so. Aber, warte mal. Äh, die hier müssen weg. Wenn ich schwöre, ein Hippo sieht doch so aus, oder nicht? Ah, ich glaube jetzt noch. Oder warte mal, hatten die nicht hier so? Warte mal. Zack. Und. Zack. So sieht doch ein Hippo aus, oder nicht? So. Warte mal so. So weg machen. Und so. So, glaube ich. Ja, so sieht das aus. Oh mein Gott. Okay, diese Zähne sehen halt so aus. Ohne mit der Lücke dazwischen. Erhalte die Farbe orange. Rot plus Gelb. Ja, ja. Guck mal, das ist orange. Okay. Stelle einen Füllfeder, äh, Füllfederhalter her. Ich glaube so einfach nur? Nee. Hier? Oh mein Gott, so, oder nicht? Ja, guck mal. Und jetzt müssen wir nochmal irgendwas anders machen, glaube ich. Die Frage ist gerade nur, das hier weg. Ja, vom Füller, nee, vom Füller alles wegmachen. Oben. Oben? Außer die Spitze, ja. Und dann ist es eine Federschriftschreiber. Oh, stimmt so, du hast recht, was? Oh, wie cool. Ey, modelliere wie auf dem Foto. Okay, dann müssen wir einmal ganz kurz hier, zack. Also, na gut, okay. Das war ja einfach. Lass sie reden. Machen wir hier das Ding weg, ne? Die Tabletze jetzt, zack. Was ist das hier? Oh, oh, jetzt. Das ist jetzt natürlich. Nee, einen Kaffee wegmachen? So? Das Handy. Oh mein Gott, was? Ach nee, macht das Internet weg. Oh, stimmt, was? Ey, das war clever. Schneide das Haar wie auf dem Foto. So, oder was? So? Nee. Ach, was? Das war der Kopf umgedreht. Oh, finde ich den Wolf. Der Wolf ist bestimmt... Oh, ist er nicht? Das ist auch... Der ist da. Nein. Der ist im Baum. Ja, guck mal. Der ist einfach im Baum. Macht sie glücklich. Äh. Oh. Guck mal hier. Jetzt kann die Maus und der Igel spielen. Das Dokument. Ich glaube, da muss einmal die Katze weg, ne? Ja. Da muss die Katze wegmöckern. So. Verjage den Dieb. Ich glaube, da müsste man den Hund loslösen, ne? Ich glaube schon. So, ja. Oh. Der Dieb wird auf jeden Fall verjagt. Was stimmt hier nicht? Der Rock ist zu lang, oder? Ich glaube, da muss andere sind in der Hand. Ah, der Rock war zu lang. Verstecke vor der Gefahr. Äh. Ich glaube, da müsste man... So. Versteckt. Hahaha. Das ist so cool. Findet ihr das Gehirn? Hier? Hier? Äh. Das hier ist das Gehirn, oder? Nee. Ach, da. Ah, da ist das drin. Bei Frankenstein im Kopf. Wische die Schminke ab. Mal gucken. Okay. Abgewischt hier das Ding. Oh Gott. Eine komplette Leiche. Was fehlt dem Doktor? Hm. Alles klar. Hier? Da. Das Ding. Ah. Einmal A machen. Schütze es vor dem Einbrecher. Das wegmachen, das Gelee? Ja. Hä, warum schütze denn? Ach, stimmt. Der hat sich verbrannt. Hilf bei der Durchfahrt. Äh. So? So? Na, ich glaube, das ist ein Puzzleteil. Das ist ein Puzzleteil? Mach oben das weg, dass es runterfällt. Oh. Genau. Genau. Du hast recht. Okay, warte. So, oder was? Nee, oder man macht nur das rein. Nee, einfach nur trennt. Das heißt, das ist ja Zapfen in der Mitte. Genau, genau, genau. So, ne? Der fällt jetzt runter. Ich glaube, dass er runterfällt. Ich glaube, so einfach nur, ne? Ja, so muss es sein. Ja, guck mal. Und dann fällt er da. Ah, perfekt. Fültere den Roboter. Verdammt, nicht mit Milch. Oh. Mit Telefonenergie. So, wie funktioniert das? Äh. Äh, was? So, es geht also in die Mikrowelle. Da ist ein Drache drin. Errege ihre Aufmerksamkeit. Ja, die Kreditkarte. Guck mal hier. Da kommt man mit der Kreditkarte geflogen. Äh. Lösche das Überflüssige. Ähm. Das hier, oder nicht? Das hier? Oder alles? So? Auch nicht, ne? Hier. Oder nur die. Oder das Überflüssige. Ne, das geht auch nicht. Das wäre cool gewesen, ne? Die Erde? Die Erde? Nur die Erde vielleicht, ne? Vielleicht hier. Ah. So. Ne. Es gibt doch keinen Planeten. Nur mit Wasser. Ne, eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. So vielleicht. Zack. Zack. Ne. Ich mach jetzt hier mal jeden Planeten weg. Ne. 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 Hä? Hä? Wo ging das jetzt? Ach, das sind alle Planeten in unserem Sonnensystem. Und der Mond ist ja... Ah, okay. Der Mond ist ja einfach nur da. Geh mal, korrigiere die Maniküre. So, clean jetzt. Oh, harte. So. Clean. Ne. Ne. So? Bisschen runder. Ah, vielleicht so einfach komplett. Zack. Ne. So vielleicht. So ist auch gut. Ja, guck mal. Abgemacht hier. Rettet die Touristen. Äh. Das ist doch ein U-Boot. Das ist ein U-Boot, Leute. Kein Stress hier. Alles easy. Entfernen die Tattoos. Okay, machen wir mal hier die Tattoos weg, Leute. So. Hä? Ach, wir mussten nur die Tattoos entfernen. Nicht das auf der Hose. Ah. Ha, ha, ha. Erschrecke sie. Totan. Das war klar. Die armen Hühnchen. Autowäsche. Können wir easy helfen, ne? Das hatten wir schon mal. Und jetzt hier zähme die Schlange. Ja. Das muss man auf jeden Fall zu dieser Dings machen, ne? So. Du, 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 du. Richte die Augenbrauen. Zack. Ja. Keine Monobraue hier. Rettet die Touristen. Wieder ein U-Boot, ne? Ich hätte jetzt auch gesagt, das ist ein... Oh, oh, oh. Was ist denn das für ein Ding? Hä? Das ist doch nicht gerettet. Das ist irgendwie so ein kurzes Monster. Mach ihn glücklich. Okay. Ähm. So. Der glatt. Oh Gott. Oh, was? Das ist ein Baby. Hä? Wohin? Links oder? Ja. Ah. Links. Lass uns rechts lang fahren. No. Lass uns rechts lang fahren. Macht das Richtige. 10. 10. Oh. Was jetzt? Können wir noch was wegmachen? 1. 0. Ach, den Pfeil. Den linken. Sehen hier. Ja. Okay. 10. Repariere die Kassette. Äh. So. Einmal ganz kurz reparieren hier das Ding. So, es repariert. Hehehe. Ey. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich gar keine hier Kassette mehr, ne? Bilderzeiten. Gelange zum Gold. Okay, dann müssen wir einfach hier schön... Wo hast du dein Mietwerk machen? So. Zack. So. Ne. Mach mal nur den Weg frei, wenn der Magnet hingeht, genau. Stimmt. Ja. Okay, und jetzt? Ne. Du hast den Magnet mit weggemacht. Ja, außer Sehen. So? Und? Oh mein Gott, wo hast du dich alles wegmachen? Klettere über den Zaun. Ähm. Hä? Was ist denn da? Katze? Ich glaube, sie... Brauchst du... Oh mein Gott, was? Und er ist da oben und sie kann einfach unten durchgehen. Hilft dem Elefanten zu fliegen? Schauen wir mal ein Kilo ist der. Ha. Ne. Das ging nicht. Null Kilo? Oh mein Gott, der ist null Kilo. Schalte das Licht an. Das ist hier nämlich so ein Lichtfilter. Das war so klar. Guck mal, die lesen eine gute Nachgeschichte. Sieht das Röntgenbild an. Okay. Oh, er hat einen Wurm in sich drin. Folge dem Trend. Oh nein. Hä? Was ist denn das? Oh, Hippie. Chillig. Chillig, Leute. Heb die Last. Ähm. Musst du zum Magnet machen, ne? Magnet? Ne, das hier. Alter. Oh, was? Wo bleibt das Wasser? Ja, was ist denn mit dem Wasser? Oh, er hat das abgestellt? Stand drauf. Oh mein Gott. Finde den Dieb. Hä? Das ist er nicht. Hä? Der Weihnachtsmann. Das ist der Weihnachtsmann. Locker ist hier ein Dieb drin. Es war so klar. Da ist der Dieb. Der Weihnachtsmann wird geklaut. Oh mein Gott. Ich sehe es gerade. Was? Okay. Spiele Volleyball. Oh, sag jetzt nicht. Dann musst du nur den Kopf wegmachen. Oh, warte. So. Einmal. Dann hier noch einmal so. Haare wegmachen. So. Okay. Hä? Wo ist der Volleyball? Sind hier? Ne. Hä? Nur den Kopf wegmachen? Also, ne. Nur den Kopf wegmachen? Nein. Nur so wegmachen? Hör mal wegmachen. Oh mein Gott. Hättest du das schon gemacht hier? Ja. Also ehrlich. Was stimmt hier nicht? Äh. Der Mond? Die Urzweiß. Oh mein Gott. Das ist ein Kürbis. Was? Das ist einfach ein Kürbis, Bro. Teile gleichmäßig. So, hier. Kriegt ihr beide. So. Haha. Das war leicht. Hülsterschnecke weiterzukommen. Äh. Ich glaube. Oh, ein Wurm. Hä? Guck mal. Ne. Ich glaube, dafür muss man so. Hier hin. Oh mein Gott. Man muss dann so machen. Einfach. Das ist hier eine Nacktschnecke oder so, ne? Oder was macht man am besten? So einfach nur. Vielleicht ihm irgendwie das Blatt geben, dass er das isst? Ich weiß auch nicht. Stimmt so, ne? So. Oh mein Gott. Jetzt rollt sie runter, oder? Ja. Oh mein Gott. Was macht er da? Oh, er wäscht hier Geld. Der Diebeswaschbär. Wer hat das Vogelhaus gebaut? Der Pinocchio. Was? Hä? Wer ist der? Torwart. Der hier. Wer ist das? Oh, was? Yo. Der Killer. Okay. Jason. Jason. Muntere sie auf. Guck mal hier. Schöneres Zeichen. Hippie. Alle in der Hippie-Welt hier. Äh. Besorge Feuer. Du musst einmal hier das Ding so drehen, ne? Ja. Guck mal. Das ist der Stock, den man so dreht. Wer wohnt im Iglu? Der Eskimo. Oh, was? Ey, voll cool. Guck mal. Hier ist voll kalt ohne Iglu. Woher kommt das Schneeglöckchen? Von dem Bären. Von dem Schneeglöckchen-Bären. Ist so. Decke ihn. Ähm. So? Was ist das? Nein. Decke ihn zu. Oh Gott. Rette den Fan. Äh. Anderes T-Shirt, ne? Trikotauschen. Trikotauschen. Alles entspannt. Alles cool, Leute. Er ist auf der selben Seite. Sind ein Notsignal. Ja. Du machst das zum WLAN-Zeichen. Zum WLAN-Zeichen? Ja. So? Stimmt. Und jetzt so, ne? Oder was? So? Ja. Ja. SOS-WLAN hat er jetzt im Wasser. Wovon träumt sie? Äh. Alles klar. Von dem Muskelman-Croissant-Boy. Mache ein Röntgenbild. Er hat Schmetterlinge im Bauch. Der Süße. So. Wer wird die Kontrolle nicht passieren? Er hier. Hä? Sie? Die Oma. Nein. Er? Hat die? Oh mein Gott. Was? Sie hat eine Pistole in der Perücke. Hilf ihm beim Küssen. Äh. Ich glaube. Ja. Guck mal. Finde einen Ausgang für den Hund. Hier. Die Tür einfach aufmachen, oder nicht? Tür auf. Könnte ich auch sagen. Oder? Oder eine Hundetür. Nein. Eine Hundehütte. Du hast recht. Oh mein Gott. Finde die Wasserflasche. Die ist hier. Nein. Oder? Oh. Er gibt ihm die. Aber es ist nur eine Fata Morgana. Wasche das Geschirr ab. Hier. Nee. Hier? Hier? Mit dem Elefanten? Oh mein Gott. Welche Masse-Alone wird er wählen? Äh. Nein. Ähm. Nein. Äh. Okay. Ach die. Die. Genau. Die war auch klar, dass er die nimmt. Finde Essen für ihn. Essen? Nein. Was? Das ist alles Essen. Er ist erwachsen. Ja. Er ist erwachsen. Deswegen hier einmal mit aus dem Glas trinken, bitte, Kollege. Nicht mehr aus dem Baby-Milch-Flaschenbehälter. Also was hat er dabei? Er hat... Okay. Ganz viele Spielzeuge anscheinend. Läuft bei dem. Beseitigt die Verstopfung. Dann machen wir hier alles weg, ne? So? Nee. Du machst da raus. Oh mein Gott. Die ist saubermacht, Fee. Was stimmt hier nicht? Ja. Hier sind Geschenke. Warum ist deine Nase so cool? Oh mein Gott. Ist der Grinch. Deswegen. So. Lösche das Überflüssige. Hier. Das ist doch viel zu groß. Nicht? So einfach. Hier. Das ist ein Hundi. Ja. Das ist ein kleiner Hundi. Mit einem kleinen Schwanz. Rette das Mädchen. Hm. Was soll ich das machen? Nein. Dann musst du das Holz wegmachen. Das Holz wegmachen? Ach, guck mal. Nichts dabei. Du bist am Bungee springen. Oh. Gelange zum Haus. Ich glaube, du musst dann einmal das hier wegmachen, ne? Ja. Oh mein Gott. Da bin und dann pustet er das Boot dahin. Wer fängt den Fisch? Der Kater. Haha. So. Welche? Wer kontrolliert die Puppen? Ja. Wer ist das hier? Oh mein Gott. Was? Okay. Findet ihr die rote Karte? Machen wir einfach ein Selfie draus, ne? Findet ihr einen Skatepark für ihn? Ähm. Ich glaube, so könnte das auch ein Skatepark sein? Hier. Huch. Das war einer zu viel, glaube ich. Ein Skatepark? Mach einfach einen Halbmond nach unten, ja. So, ne? Hier. Kann er jetzt skaten? Nee. Vielleicht noch tiefer? Noch tiefer? So? So? Nein. So. Ja. Er skatet auf den Mond einfach. Okay, cool. Findet die Ente? Die ist hier drin. Ich wusste es. Nein. Die ist da drin. Oh nein. Okay. Es ist einfach ein Fake-Küken. Wer ist er wirklich? Er ist ein Pantomime-Typ. Ein Dieb. Ein Dieb. Mach eine... Oh, das haben wir ja schon gehabt. Guck mal hier. Easy. Und... Einstein. Finde ein Ziel für den Vogel. Hier. Da. Oh nein. Auf dem Kopf. Sende einen Brief. Zack. Warte. So einfach. Oder so. Hier. Du musst doch nicht einfach das so machen. So hier. Einfach als Rolle, ja. Oder? Als Rolle, oder nicht? Hätte ich jetzt auch gesagt. Geht ja wahrscheinlich. Warum auch immer. Hier. Die Taube. Oder du musst dann einfach nur... Ach. Oh mein Gott. Ein Brief. Oh, stimmt. Das ist ja gar ganz hell. Das ist ein Brief. Das hat die Katze gefangen. Ja. Oh nein. Oh nein. Ein Dinosaurier. Was macht sie da? Anscheinend... Äh. Den Kinderwagen schieben. Ja. Nichts Wildes macht sie da, ne? Finde die Trommel. Die ist hier oben. Das war ja einfach, ne? Spiele dem Gast einen Streich. Äh. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Stuhl hat einfach... Oh mein Gott. Der sieht einfach aus, als wäre es dein Hintern. Größe das Haar. Äh. Ich glaube... Dann müssen wir einmal so machen. Ja. Oh nein. Der Arme. Wie schwebt der Geist? Oh mein Gott. Das ist ein Ballon. Einfach. Ein Ballon-Geist, Leute. Was versteckt denn in deinem Bad? Chicken. Das war klar. Hilf beim Selfie. Hier. So. Aber easy. Kann sie noch ein schönes Selfie machen. Rette sie vor dem Stier. Ich glaube, da müssen wir einmal... So. Oh mein Gott. Das ist eine Fee. Ach so. Und jetzt ist das letzte Level. Erschrecke das Kind. Uuua. Irgendein Monster mökern. Und wir entwickeln uns heute vom normalen Tiger zum Gott-Tiger. Schau das dir mal an, mökern. Wie krass wir aussehen, Alter. Holy moly. Wir sind jetzt schon mal eine richtig krasse Tiger-Katze. Und wir können jetzt hier das ganze Fleisch weiter einsammeln und stärker werden. Und jetzt sind wir sogar schon das hier. Was ist denn das für ein Tiger? Die Feiertänzer. Alter, was sind das für ein Dinger? Aua. Oh, weg mit dem. Und weg mit dem. Okay. Jetzt geht es ja weiter um die Kurven. Zack. 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 Okay. Oh. Oh. Zack. 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 Jetzt haben wir sehr, sehr viel eingesammelt. So viel, wie es eigentlich nur ging. Und jetzt werden wir auf jeden Fall schön gleich gegen so einen krassen Endboss kämpfen. Und das Ding ist, heute werden wir probieren, zum krassesten Tiger uns zu entwickeln. Auf der ganzen Welt. Und hinten siehst du ja sogar noch diese Kiste, die wir fast frei bekommen. Nein. Wir sind zu klein jetzt, um da durch die Mauer zu kommen. Ich würde gerne ein bisschen, was an der Kiste drin ist. Aber das Gute ist, wir haben jetzt hier gleich dieses Hippo-Ding frei. Und wir kriegen hier auch Gems. Und wir haben ja unseren eigenen Zoo. So, also falls ihr die erste Folge nicht gesehen habt, Leute, checkt ihr auf jeden Fall unbedingt aus. Da haben wir eine Karte zu einer God-Karte entwickelt. Heute sind wir bei Tiger dran. Wollen wir mal hier gucken, haben wir schon den Löwen im Gehege drin? Haben wir das schon gemacht? Haben wir schon. Den haben wir sogar schon. Das heißt, der Löwe ist schon drin. Und wir kaufen jetzt hier ganz entspannt das Hippo-Gehege. So, für 8000 Dollar. Damit wir auf jeden Fall gleich hier das Hippo bekommen können. So, und mal hier das ganze Geld einsammeln. So, zack, zack, zack. Und hier gehen wir rein, ja beim Handen. Und wir werden jetzt natürlich probieren, der krasseste Tiger aller Zeiten zu werden. Mal gucken, was kriegen wir? Das glaubst du? Oh. Okay, warte, Vorsicht jetzt hier schön. Nein, ich habe irgendwie nichts mitgenommen von den ganzen Dingern. Egal. Die ganzen Teile gehen auf. Wir werden leider 100 Mal schwächer. So, und das geht hier weiter rein. Oh, was glaubst du? Was sind wir nachher für ein krasser Tiger? Was können wir werden? Ich hoffe, wir leuchten richtig krass. Das wäre richtig krass leuchten, ne? Das wäre richtig cool. So, jetzt hier schön links und rechts vorbei. Verleihung sind wir auch nach einem Tiger. Oh Gott. Nein, das Hippo. Oh. Oh mein Gott. Verdammt. Das war nicht optimal. Der hat mir voll viel Leben abgezogen. Oh. Er zieht mir wieder voll. Oh nein, ich bin jetzt normaler Tiger geworden. Ey, wir müssen ihn besiegen, ne? Der macht, guck mal, wie schwach der mich jetzt macht. Der macht mich voll schwach. Aua. Komm schon. Ich will ihn nur holen. Ey, ich kriege da kaum was abgezogen. Ich bin ein kleiner Baby-Tiger. Das kann doch nicht sein. Was? Der hat uns einfach besiegt. Wir haben echt noch nie verloren. Das lassen wir uns nicht mit uns machen. Guck mal jetzt hier. Bitte. Ein bisschen mehr essen. Okay, wir kriegen Gems. Auch nicht schlecht. Die hätte ich eben einsammeln müssen. Hä? Die kann ich nicht einsammeln schon wieder. Bin da irgendwie gerade durchgegangen, aber diesmal ging es nicht. So, komm. Jetzt lassen wir das Steak einsammeln. Und das ganze Fleisch. Und plus 25. So. So. Und hier schön. Die ganzen Teile. Alle mitnehmen. Optimal. Esst die Paprika. Stimmt. Nein, ich will die Pappe gar nicht essen. Ich glaube, die bringen uns... Jetzt besiegen wir ihn aber, ne? Eben habe ich das verkehrt gemacht. Oh mein Gott, was? Da ist eine Rechnung offen. Guck mal, wie viel Leben wir ihn abgezogen haben. Alter, was? Zwei. Nur zwei Hits. Und jetzt... Bam. Oh mein Gott. Wo fliegt das Ding hin? Wir brauchen mehr Stärke, sehe ich gerade, um die Wand freizuschalten. Wir haben also das Hippo eingesammelt, Murkern. Das bedeutet, dass wir jetzt hier in den Zoo gehen können. Hier zu unserem Gehege. Und wir können jetzt einfach das Hippo ins Gehege reinpacken, ne? Boah, das ist ja so cool. Guck mal, lassen wir hier hin gehen. So, hallo, Hippo. Und wir fügen das hinzu. Jetzt ist da ein Hippo drin. Wir können uns hier auch das ganze Geld erstmal von dem Löwen nehmen. Oder von dem Zebra zum Beispiel nehmen. Vom Nashorn. Vom Nashorn da vorne sehe ich auch gerade. Da haben wir extrem viel Geld, ne? Oder vom Alligator haben wir auch extrem viel Geld. Oder der Bär. Guck mal, der Bär macht uns hier reich, Alter. Der macht uns extrem reich. Was glaubst du, können wir sogar mehr als ein hinzufügen? Später in die Gehege. Bestimmt. Später bestimmt. Dass sie so Freunde haben. Das wäre auf jeden Fall echt richtig cool. So, ich gehe jetzt mal ganz normal hier einmal kurz rum. Sammle das Geld ein. Aber wir sind doch deren Freunde auch. Eigentlich sind wir auch echt deren Freunde, ne? Ja. Da hast du schon recht. So, mal gucken. Hat das Ding jetzt schon ein bisschen was eingesammelt? So, hier. Der Löwe. Und das Hippo hat auf jeden Fall ein bisschen Geld eingesammelt. Jetzt können wir nämlich hier die neue Plattform freikaufen. Und dort können wir einfach... Was? Ein Elefant? Jo. Jo, was ist denn das, Alter? Wie cool ist das denn? So, komm. Wir gehen hier mit nach unten, hunten. Und wollen natürlich heute der krasseste Tiger werden. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall schön loslaufen. Und allen ausweichen. So, vorsichtig. So, Speedboost. Ich weiß gar nicht, warum die uns fangen wollen. Ich weiß auch nicht, warum die uns fangen wollen. Vielleicht haben wir irgendwas verbrochen oder so. Sind wir ausgebrochen. Oh, lecker. Stärker werden. Stärker. Stärker. Ey, der Affe. Was macht der denn? Und auch der Hund da vorne. Wie tanzt der da, Alter? Oh, nein. Und jetzt hier schön, ja, schön einmal aufmachen die Teile. So. Und dann jetzt einmal schön die ganzen Burger essen. Aber... Ab wann werden wir der Nächste? Ich glaube, so ab 1800 könnte ich mir vorstellen. Oder vielleicht auch erst 2000. Was glaubst du, das sind wir als nächstes für den Tiger? So ein richtig krasser oder was? Ich glaube, wir sind... Boah, so ein Geistertiger wäre cool. Oh, ein Geistertiger wäre auch richtig krass. Das wäre richtig krass. Oder vielleicht können wir auch so ein Höllenhund oder sowas werden. Boah, mit zwei Köpfen dann. Aber wir gehen schon wieder vor der Kiste drauf, ne? Aber wir kommen immer näher zu dem Elefant. Und wir können auch gleich die Stärke leveln, ne? So. Hier essen wir erstmal jetzt schön Wurst. Und noch mehr Wurst. Und machen beide weg. Bam. Ne, hier rot und da gelb. Hahaha. So, und jetzt mögen wir einfach es auf und... Oh. Die Wurst in der Luft essen. Was glaubst du, kriegen wir beim Müsse-Dirat? Was glaubst du? Wir bekommen... Ich weiß nicht. Essen. Das war gerade Essen, glaube ich. Das war gut. Das war gut. Aber wir sind immer noch nicht stark genug gerade, ne? Wir haben jetzt gerade mal 1500 Fleisch-Intus, ne? Das ist ein bisschen zu wenig. Wir brauchen auch noch mehr. Ich glaube, damit kommen wir gerade so hinten zur 900er-Wand hin. Ja. Ja, guck mal. Wir haben gerade mal 17 Leben über. Jetzt sind wir mit einer ganz normale kleine Katze wieder. Guck dir das mal an. Oh, wie süß. Oh, die kleine Rackerin hat es nicht geschafft. So, nächstes Level. Und jetzt haben wir Stärke. Das heißt, wir starten jetzt direkt mit 1400 und können jetzt, glaube ich, unseren Rekord brechen. Guck mal. Nämlich plus 100 Dreck. Das sind schon mal direkt die, äh, die... Wie nennt man den? Wie nennt man den Tiger? Siehamesischen Tiger oder sowas? Weißen Drachen. Weißen Drachentigern. Oder weißer Tiger, glaube ich so, ne? Ey, was? Ich bin jetzt bei 2000. Wir haben es nicht geupgradet. Was? Hä? Okay, warte mal. Vielleicht hilft ja der Speedboost gleich da vorne. Vielleicht oder 2100 oder so brauchen wir vielleicht, ne? So. Schnell laufen. Schnell, du Tiger. Alles mitnehmen jetzt hier. Zack, 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 zack. Ey, was? Immer noch nicht geupgradet? Okay, ich glaube, dafür brauchen wir noch ein bisschen mehr, ne? Wir brauchen noch mehr Stärke. Ich glaube, das wird ein krasser. Das wird echt ein krasser, wenn wir als nächstes upgraden. So, komm. Hier ist minus 300. Easy. Hier ist minus 500. Du hast echt recht. Wir kommen echt so weit. Oh nein. Bitte. Es fehlen einfach nur, äh, 250 haben nur gefehlt diesmal. Also echt wenig, muss ich sagen. Das ist echt nicht viel. Und 4000 kannst du die Stärke als nächstes sagen. Lass uns mal kurz gucken, in unserem Dingens, dass wir vielleicht schon mal das Gehege für den Elefanten kaufen können. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz ne Runde und sammeln das Geld. Und was von den Tieren hier ist dein Lieblingstier? Was glaubst du? Ey, das wirklich, wirklich, das wollte ich dich auch gar fragen. Ehrlich? Äh, aber ich glaube, bei mir ist es das Krokodil. Das Krokodil ist dein Lieblingstier? Ja, ich glaube schon. Also von den Tieren. Ja, gut, okay, von denen. Ich muss sagen, das so Löwe ist bei mir das Lieblingstier, muss ich ehrlich sagen. Ja, das ist auch cool. So, gucken wir jetzt hier schön. Einmal 4600 fehlen, das heißt, die sammeln wir im Fall gleich ein, damit wir genug Geld haben für das Elefantengehege. Yes. Weil die sind echt auch richtig krass, ne? Also Elefanten, boah. So, jetzt hier schön fett und stark werden. Ja, ja, oh nein, minus 100, wir kriegen das 100, jetzt sind wir wieder der blaue Tiger. Nein. Oh nein. Ey, so viele, nein. Und noch schwächer, was? Wir werden hier voll schwach. Was ist das? Ey, wir müssen noch, das Ding ist, wir upgraden erst bei 2300 oder so, ne? Oh, Elefanten-End-Boss. Oh, oh, der ist so groß, ne? Oh nein. Boom. 400. Aua. Zack. 300. Aua. Und zack. 250. Aua. Ey, der macht mich immer kleiner. Alter, wie fällt der aus, Elefant? Ich bin jetzt schon ein Panther. Und? Was? Als ob. Als ob. Ich bin eine kleine Katze. Ich hab... Oh nein. Und au rein. Oh mein Gott, wie weit fliegt der? Nein, wir kriegen die Kiste. Was? Oh, wir haben die Kiste bekommen. Alter. Hä? Ich hab nicht mitgerechnet. Das heißt, wir haben Elefanten gesammelt und die Kiste. Und was glaubst du, kriegen wir? Hä, was haben wir denn bekommen? Haben wir gerade den Elefanten bekommen? Haben wir in der Kiste den Elefanten bekommen? Ich weiß grad gar nicht. Ich glaub, wir haben grad den Elefanten in der Kiste bekommen. Ich glaub auch, ne? Okay, ich geh noch einmal ganz kurz hier rum, lass mal ein bisschen Geld an. Ich glaub, ich lass nochmal ganz kurz sammeln, ein bisschen was verkaufen. Wir werden jetzt hier nochmal das Mystery-Rad einsetzen. Was denkst du, kriegen wir diesmal? Deshalb bekommen wir eine neue Katze, das Mystery-Rad. Ja, nicht. Oh Gott. Gar nicht. Ich hab Avocado gegessen auszusehen. Avocados. Ja, Avocados, die helfen uns aber leider nicht. Die machen uns schwächer. Ich liebe Avocados. Avocados, richtig geil. Yeah. Und jetzt hier schön... Ey, wir sind immer noch nicht auf dem krassen Level jetzt grad, ne? Das kann doch nicht sein. Wir müssen jetzt hier ein Zettel upgraden. So 1700. Hier schön einmal laufen. Ich würd gerne hinten die Kiste bekommen, ne? Muss ich ehrlich mal sagen. Ja, das stimmt. Ich dachte, da ist ja was anderes drin, als eben gerade, ne? Ja, ich mein, eben gerade war gefühlt gerade gar nichts drin in der Kiste. Ich weiß auch nicht, was es sollte. Wir haben die Eingesamt, da war einfach nichts drin. Aber hier... Ein normaler Tiger? Ach, Mann! Ey, wir müssen da... Was? Hä? Wir werden gleich ein... Wir kriegen gleich ein Reh. Da haben wir doch den Elefanten bekommen. Da haben wir doch den Elefanten bekommen, ne? Das ist ja richtig cool. So, jetzt gucken wir schön. Einmal stärker werden. Da vorne sehe ich auf jeden Fall wieder gute Sachen. Plus 60, das ist wieder sehr wichtig, ne? Das ist sehr wichtig. Sehr wichtig. Ich sehe auch ganz viele Würste. Ganz viele Würste, die wir da essen können. So, hier schön Würstele, ne? Ganz viele hier. Zack. Und jetzt hier auch, bam! Alle Würste gegessen. Zack, bam, bam! Der schnellste Tiger. Aller Zeiten. Aber nein, ey. Das kann doch nicht sein. Wir waren eben über 2000. Jetzt kommen wir nicht mehr an die 2000. Bedeutet weiter upgraden. Wir müssen weiter upgraden. Wir müssen jetzt gleich hier die Gems einsammeln. Ich glaube, dann können wir auch gleich die Stärke hoch machen. So, minus 500. Schön alle Gems einsammeln. Na, die helfen uns dann. Oh! Hier alle einsammeln, so viel es geht. Jawohl. Also, wir haben alles mitgenommen. Und wir haben jetzt auch hier 50% das Ding jetzt hier. So, ich gehe mal ganz los ins Zoo, weil... Aber das Rentier... Haben wir ja schon, ne? Das ist das Erste. Da haben wir das noch. Bedeutet, wir bekommen echt zwei. Also, ich glaube, wir können gleich ein zweites Tier, glaube ich, ins Gehege reinpacken. Was uns halt wieder mehr Geld bringt, ne? Aber ich frage mich dann wirklich, ob man das nachher noch upgraden kann, ne? Also, die... Bestimmt. So, deswegen, wir gehen mal ganz los hier hin. Wir haben jetzt, glaube ich, genug Geld. Guck mal, das Hippo hat uns das hier noch den Rest gegeben. Jawohl. Und jetzt kann das Elefantengehege schön gebaut werden. Mit einem richtig, richtig fetten Elefanten drin. So, warte mal hier. Guck mal hier schön. So, und rein damit. Alter, das ist das größte Tier, was wir in unserem Zoo haben. Alter, das ist schon Dinosaurier. Das ist echt gefühlt schon Dinosaurier, ne? So, hier das ganze Geld mitnehmen. Easy. Und wir gehen wieder runter zum Handen. Weil, wir wollen natürlich auch den fettesten, unglaublichsten Tiger. Wir kriegen auch nächste Runde, sehe ich gerade, eine neue Stärke-Upgrade-Sache. So, jetzt schön alles mitnehmen. Hier, Power mal fünf. Oh nein, wieder minus 100. Das kann doch nicht sein, Alter. Ey. Hä, wir werden ja gefühlt immer schwächer. So, Speedboost jetzt hier. Und plus 100, okay. Ist nicht so schlimm. So, okay, auch nochmal plus 100. Aber es ist viel zu wenig, ne? Ja. Das ist echt viel zu wenig. Aber jetzt haben wir genug Gems. Weil, guck mal, oben rechts, jetzt haben wir 3.800. Können wir upgraden? Können wir gleich upgraden, aber 4.000. Ja, ja. Wir können jetzt upgraden gleich. Dann starten wir nämlich viel stärker mit der Katze. So, hier schön alle mitnehmen. So, und hier, und hier, und hier. Oh, so, pass auf. Fast das neue Reh jetzt hier bekommen. Und upgraden. Wir starten jetzt mit 1.600 Fleisch am Anfang. Das ist viel. Ich glaube, jetzt brechen wir unseren Rekord. Ich glaube, jetzt brechen wir echt. Neuer Highscore. Unseren Rekordmöckern. Gelb, okay. Hier, plus 60. Stark. Ne, wir brechen nicht unseren Rekord. Das kann nicht sein. Aber wir kämpfen gegen Reh. Oder gegen Hirsch, besser gesagt. So, und den sollten wir eigentlich perfekt nach hinten. Oh mein Gott, ein Schlag. Ein Schlag. Nein, nicht optimal. Ich habe ihn nicht optimal weggepfeffert. Oh no. Und trotzdem durch. Er berührt doch die Kiste. Er berührt die doch. Nein. Ey, so knapp. Da hätte ich nochmal 100 gehabt. Aber hat mir leider nicht. Wir können jetzt hier. Oh mein Gott, er kriegt einen Freund. Er kriegt einfach einen Freund. Was? Wie cool. Hä, wie gut. Hä, das ist ja richtig gut gemacht, Alter. So, dann lassen wir hier stärker werden. Und direkt wieder abgezogen bekommen. Und hier wieder direkt dazu. Oh, warte mal. Da ist jetzt gleich plus 100, ne? Das ist schon mal sehr gut. Miss Rirad ist auch gleich am Start. Ey, das wäre... Zack, 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 zack. So, jetzt den hier wegmachen, was auch immer das jetzt gerade war. Oh, Miss Rirad. Ich sehe Miss Rirad und 100 sehe ich gerade, ne? Das könnte... Oh, dann noch mal 100, glaube ich. Ne, nur einmal. Nur einmal leider. Oh, stimmt, stimmt, stimmt. So, jetzt hier beide einsammeln. Oh mein Gott. Miss Rirad kommt schon. Komm schon. Oh. Ne, komm. Wir sind 2000. Ey, das... Oh nein. Ich würde echt gerne diese Kiste haben, Alter. Und wissen, was der nächste Upgrade ist vom Tiger. Wie viel brauchen wir dafür? 2200? Ich glaube, 2200 oder 2300. Mal überlegen. Ja, pass auf. Wir haben jetzt Minus, pass auf. Wir haben jetzt 2073 gehabt. Mal gucken, wie viel über sind. Dann wissen wir ja, wie viel wir gleich brauchen. So, jetzt hier schön das Ding. Und das. Und ja, okay. Es fehlt uns. Uns fehlen 300. Oh mein Gott. Es fehlen uns 300. Das heißt, wir brauchen 2400. Okay, wir machen direkt mal 50, ne? Plus 50 ist besser als das. Ah, nee, wir hätten beides nehmen können. Verdammt. Oh mein Gott. Jetzt kriegen wir, glaube ich, richtig viel. Okay, pass auf. Mach dir auf was gefasst, Mökern. Oh mein Gott, okay. Mach dir auf was gefasst. Ich glaube, jetzt kriegen wir gleich eine neue Katze. So, plus 50, plus 30, plus 50, plus 100. Oh yeah. So. Es geht noch weiter. Wow, wir springen über Lava. Aber, nein. Nein. Oh no. Ey, warum ist dann... Ey, das fehlt uns nur 200 oder so. Fehlen uns jetzt, ne? Ey. Das kann doch nicht sein. Das uns jetzt so wenig fehlt. Dann müssen wir noch mal die Stärke gleich upgraden. Ja. So, gehen wir jetzt hier schön einmal durch. Wir sind noch Level 38, sehe ich gerade. Wir sind schon echt gut weit gekommen. Also, da müsst ihr auf jeden Fall noch mal die erste Folge abchecken, Leute. Wie wir da von der Katze... Wunderbar. Es fehlen 192, ne? Kannst du dir nicht vorstellen. Das war so knapp jetzt gerade. Aber wir machen das in den nächsten Runden. Genau. Wir machen einen neuen Highscore. Wir machen jetzt gleich einen neuen Highscore. Gucken wir jetzt hier das rote weg, das gelbe weg. Erstmal jetzt direkt schwächer werden um 100. Na, ganz toll. So, kein Problem aber. Da vorne sehe ich ein Mystery-Rad. Ja. Was schon mal wichtig ist. So, vorsichtig. Und dahinter Würstchen, ne? Und dahinter Würstchen. Und ich hoffe, das bringt uns ein bisschen was Essen jetzt hier. Wir kriegen 30 Gems. Das ist in Ordnung. Gems brauchen wir fürs Upgrade. Aber das war ja... Guck mal, 1.100. Das ist eine Runde. Wow. Die ist echt schlecht. Die ist nicht wirklich besonders gut, ne? Also, da können wir jetzt hier schon die ganzen Gems einsammeln. Aber da werden wir jetzt gleich kein krasser Tiger leider werden, ne? Also, das ist jetzt nicht besonders gut. So, hier. Schön rein. Aber... Ja, guck mal, da fehlen ja über 500. Oh! So, mal gucken, haben wir jetzt das Zehpreis? Wie haben wir das Zehpreis passt? So, ich bau jetzt hier mal kurz da. Stronger, stronger. So, jetzt komm. Das schaffen wir jetzt. Jetzt wird's was krasses. Jetzt wird's heftig. Plus 70. Oh nein, ich sehe doch schon wieder ein Minus, ne? Ey, nein. Minus 80. Ey, das ist ja plus 100. Das bringt ja nichts, wenn es halt... Warte mal, mach mir 60. 60 schlau. Oh Gott. Was bringt das überhaupt? Das weiß ich gar nicht. Das hat mir schon mal ein paar Mal gehabt, ne? Ich weiß auch nicht, was es bringt. So, hier vorsichtig balancieren. Ich glaube, Speed. Unser Essen ist jetzt einfach eine Babyflasche. Deswegen bekommen wir so wenig. Ja, deswegen kriegen wir nur so wenig, ne? Wenn wir jetzt hier plus 60... Ja, aber guck mal, wir kommen nicht mehr über 200 jetzt, ne? Ne. Oder kommen wir vielleicht an 200 ran? Ne. Wir kommen nicht mehr an 200 ran. Äh, an 2000 meine ich. Okay, jetzt erstmal ganz kurz das Zebra auseinandernehmen, Leute. So. Das ist ein Esel. Stimmt, das ist ein Esel-Zebra, ne? Stimmt, hä? Guck mal, und jetzt... Boom! Alter, vielleicht kriegen wir was krasses jetzt in der Kiste. Oh mein Gott, komm schon. Zur Kiste, ja! Ich glaube, dadurch kriegen wir wieder Gems oder sowas, ne? Kann das vielleicht angehen. Das wäre so gut. Kriegen wir mit Gems bekommen, wenn wir das Zebra bekommen. Ja, wir haben ein bisschen Gems. 4200 haben wir jetzt, ne? Das heißt... Können wir... Oh nein, aber gleich. Gleich, okay. Ich gehe gleich auch nochmal kurz in den Zoo rein, damit wir auf jeden Fall das Ding da hinsetzen, ne? Das hier da hinsetzen. So, plus 50. Jetzt hier schön durch den Holzstamm durch, ne? Alles entspannt, Leute, hier. Das wird jetzt richtig crazy. Wir werden gleich der krasseste Tiger aller Zeiten werden. Oh, plus 30. Wie viele Burger. Was denn plus 10? Was haben wir denn da? Das kriegen wir ja mehr vom Burger fast. Ey, aber... Hä? Was denn das? Wir haben direkt einen Gegner. Was? Hä? Wir haben direkt einen krassen Gegner? Wir haben direkt einen Nashorn oder was? Hä? Was geht denn jetzt ab, Alter? Wir kriegen jetzt richtig viele Tiere. So, guck mal. Oh nein. Und das bedeutet, wir bekommen mehr Geld. Dann kriegen wir mehr Geld, ne? Finish him. Und zack. Alter, das Nashorn. Nochmal eine Kiste, bitte. Nochmal eine Kiste. Wieso hat denn mehr Dreck das Nashorn, Alter? Was war denn jetzt los? Das war ja auch normal. Rhino haben wir jetzt auch direkt eingesammelt. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt können wir nämlich hier... S475. Oh nein. Okay, lass mal kurz im Zoo kurz das Zebra reinpacken, ne? Wir packen dann kurz das Zebra rein, so. Ich finde das gut, dass alle Freunde bekommen. Ja, es ist wichtig, dass die alle Freunde bekommen, ne? Und sind die auch alle traurig. Das wollen wir auch nicht, ne? Die sollen sich hier wohlfühlen in dem Ding. So, zwei Nashörner schon mal. Und wir gehen nochmal ganz kurz zurück. Wir machen jetzt hier die... Wir brauchen nämlich 25 Gems. So, ich mach jetzt mal das 100er-Ding. Mal gucken, was das bringt. Ist das schlau oder ist das dumm, was ich hier gerade mache? Vielleicht... Ich glaube, das macht den Tiger nur aggressiv oder so, ne? Ich glaube, ja. So, stärker. Hier stärker werden. Esst die Feuerdinger auf. Eigentlich müssen wir die Leute... Warte, das bringt das eigentlich... Nein. Aua, die schlagen uns. Der hat uns 10 Essen weggenommen. Ist so, Alter. Wir kriegen voll wenig, Leute. Wir kriegen ja voll plus 25. Was soll man damit? Hier wieder plus 25 da vorne. Davon können wir uns ja nichts kaufen, ist das Problem. Wir brauchen neun Tiger. Wir brauchen neun Tiger, Leute. Egal, jetzt kriegen wir hier die Gems. Alles entspannt. Wir starten jetzt mit einem richtig krassen Upgrade. So, zack. Und, äh, zack. Und die auch nochmal hier. Zack, Leute. Alle Gems mitnehmen. Und hier alle Gems mitnehmen. Aber ich glaube, mit 1.800 kommen wir... Kommen wir nicht weit, ne? Nicht weit. Nein, nein, nein. Wir kommen... Es war wieder bis hierhin, bis zum letzten Ding. Es fehlt uns noch 600 fast. Ja, eben hat uns nur 200 gefehlt. Uh. Wir haben direkt einen Alligator. Und wir können... Stärke. 1050. Alter. Haben wir 150 dazubekommen? 150 haben wir dazubekommen, ja. Also, wenn wir jetzt eine gute Runde haben, dann können wir direkt... Das ist nur minus 20, wäre schon mal in Ordnung. Das ist nur minus 20, das ist der Jens Burger. Und das plus 80. Was auch gut ist. So, hier schön. Oh mein Gott, das könnte der Run werden. Ja, wir brauchen auf jeden Fall 2400, ne? Da vorne ist nochmal Plus. Ich hoffe, 400. Ja. Sonst wird es echt ein bisschen schwierig mit dem Tiger. So, jetzt kommen wir schon. Schön durch. Ah, plus 40. Ah, noch den Burger mitnehmen. Oh no. Nein, das kann nicht sein. Aber wieder über 2000, das ist gut. Aber jetzt kommen wir über 2000, da hast du recht, recht. Das ist echt gut, ne? Und wenn wir halt mehr haben, multiplizieren wir jetzt nicht mehr. So, jetzt hier schön einmal alle Gems mitnehmen. Alle, die man da hat. So. Von links nach rechts. Oh, ein übersehen. Verdammt. So, jetzt hier schön mitnehmen, Leute. Wie viel fehlt uns diesmal? Ah, uns fehlt diesmal... Oh, 370. Also gar nicht mal so wenig, ne? Ja. Alligator. Hä, haben wir jetzt schon wieder? Hä, noch einen? Hä? Wie viele bekommen wir? Zwei bekommen wir einfach? Das ist ja verrückt. So, komm. Stärker werden und Sprung. Oh, aber minus 50. Und da vorne kriegen wir plus 30. Was soll das? Wir werden immer schwächer, Leute. Hier, das ganze Fleisch mitnehmen, Leute. So. Aber ich glaube, wir schaffen es irgendwie nicht mehr. Und es kommt jetzt auch gar nicht mehr an Alligator. Das heißt, wir können auch gar keine neuen Tiere einsammeln. Ich glaube, wir schaffen es nicht hier in die Kiste einzusammeln. Wenn ihr von vielleicht noch einen dritten Part sehen wollt, wie wir probieren, noch die Kiste hin einzusammeln und vielleicht noch den nächsten Tiger uns zu holen, dann lasst uns auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, Freunde. Checkt einfach hier das Video aus und drückt da rauf, Leute. Guckt euch das an. Auf der Reihe bis morgen. Ciao, ciao.